Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Super Mario Maker, den Zuschauerleveln mit einer Einsendung von Salvas oder Salvas3012 mit L13 Curse of the Pharaoh. Und ja, ich vergesse es immer wieder, hier ist die ID. 9 Sterne hat 37 Leute versucht, 10 haben es versucht, 10 von 115 Versuchen waren erfolgreich, 8,69% Abschlussrate, Weltrekord von der Domi. Okay, und here we go. Schauen wir mal. So, wo wir finden, hätten Champa. Natürlich hier erstmal eine Runde gucken. Oh, Yoshi, nehmen wir mit. Finde ich schon mal gut. Was haben wir hier? Okay, ein Pilz. Aha, hier haben wir ein paar Wölkchen. Ach, verdammt. Yay! Okay, eine Etage tiefer und, ah, ein Leben. Okay. Kann man ja mal gebrauchen. Gut, aber hier muss ich jetzt wahrscheinlich... Ach, guck mal, das geht ja auch. Das habe ich ja ganz vergessen. Gut, versuchen wir es als erstes mal links. Okay. Mit Yoshi geht das ja. Ich habe es gewusst, ich habe es gewusst. Yoshi, bleib hier. Oh! Ja, auch ich darf einmal Glück haben. So, aber hey, okay. Was geht hier? Was geht da? Ich habe keine Ahnung. Ah, eben war ich doch. Sollte ich auf Yoshi verzichten? Nein, natürlich nicht. Duck jump! Duck jump! Nein, eben war ich doch... Ah, jetzt! Ah! Gut, dass ich Yoshi dabei habe. Den nehmen wir mal mit. Ah, ja. Ohne Yoshi wird es hier auch ziemlich schwer. Wenn wir ehrlich sind. Nein, 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 nein. Nein, danke. Ah, ah, ah. Oh, oh. Ich habe es gewusst. Ah, komm her, Yoshi. Schade, jetzt könnte ich den Pilz da oben gut gebrauchen. Komm, vorhin hat es auch geklappt. Ja. He, he, he. That's not a bug, it's a feature. Bleib hier. Nein. Obwohl, er kommt ja zurück. Was der Vorteil da dran ist. Ach, verdammt. Nein. Mit Schmackes wird das Annex. Oh, nee. Na ja, jetzt komme ich wenigstens durch. Ah, nein. Verdammt. Okay, auf jeden Fall richtig nice bis jetzt. Auf jeden Fall versuchen wir es jetzt mal in die andere Richtung. Nein, hörst du auf? Nein. Nein. Das kann doch nie wahr sein. So, aber als erstes können wir natürlich mal kurz was gucken. Ach, man kann es sich natürlich auch einfach machen. Okay, nein. Wow, und ab geht's. Oh, was haben wir da? Ein Leben. Ah, ja. Hä? Warum? So, probieren wir jetzt mal in die Richtung. Okay. Ob das so gut weiß, die nächste ist eine andere Frage. Oh, nein. Das ist ja richtig mies. Aber auf jeden Fall bis jetzt richtig geil gemacht, das Ding. Sag mir, das ist das jetzt nicht... Sag mir, das ist das jetzt nicht... You're gonna fucking kidding me. Okay. Ganz ruhig. Ich kann das, ich kann das, ich kann das. Ich krieg das hin. Kann doch nicht so schwer sein. Nein. Yoshi, komm her. Bei Fuß. Und ich sollte vielleicht den Ton vom Handy mal ausschalten. Wäre auch mal eine Idee. Ich krieg doch hier die Krise gleich. Aber Jan ist hier waltig und so. So, da lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Wir nehmen den. Oh mein Gott. So. Und jetzt nicht zerquetschen lassen. Ich sag das noch. Warum eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es gerade auch nicht. Okay, ich gehe den linken Weg. Da sind wir nämlich wenigstens durchgekommen. Mann, ey. Mega verzwickt das Level hier. Gerade wollte ich sagen, er tut... Ah. Hier komm. Warum? Weshalb? Weswegen? Meine Güte. Komisch. Warum ging das vorhin nicht so? Schön. Wie gesagt, den nehmen wir mal mit. Haben wir ja vorhin gesehen. Den kann man gebrauchen. Okay, Yoshi, komm her. Ah, super. Nein. Nein, nicht schon wieder. Jetzt stecke ich hier doch ernsthaft fest. Es gibt es noch gar nicht. Doch, bei Roller. Ha! Ha! Schenkelklopfer. Wollen wir nur wachsen. Ja, einen Silbenfehler mache ich diesmal nicht. Na komm, Rona. Warum? Ich komm ohne Yoshi hier doch eh nicht durch. Ich krieg hier ein zu viel. We'll find the hidden chamber, ja. Ich komm noch nicht mal hier überhaupt irgendwo voran. Gibt es nicht. So. Nein! Krieg doch hier gleich die Krise vom Allerfeinsten. So. Next try. Jetzt klappt es wieder gar nicht. Nein. Nein. Boah. So, jetzt ist die Frage, warum schwer, wenn es dir noch einfach geht. Ha. Nein. Okay. Eine Blume, das ist ja mal was ganz Neues hier. Okay. Erstmal gucken, gibt es hier was umsonst. Da hinten war was, oder? Ob das jetzt so gut war, ist die nächste Frage. Geschweige denn dafür, Yoshi zu opfern. Verdammt. Okay, es war also nicht so gut, Yoshi hier zu opfern. Ja, ja, komm, lach du nicht. Okay, da ist eine Röhre. Da ist eine Tür. Ich probiere es mal. Okay, wo sind wir hier gelandet? Oh, was hatten wir da? Nein, da komme ich nicht drüber. Okay, hier gibt es also nur die Blume. Und ich habe gerade einen Yoshi gehört. Ah ja, da unten. Hm, was möchte ich? Ich gehe unten lang. Ob das so gut war? Boah, um 10.000 Ecken und Enden hier. Boah. Nein. Oh, nee. Jetzt erst ein Checkpoint. Oh, hey, es gibt einen Yoshi. So, und jetzt? Ich ahne schon. Kommst du her jetzt? Könnte was werden. Jawohl. Hm. Ich traue dem Braten nicht. Okay, dem haben wir auch nicht. Da ist ein P-Switch. Den nehme ich lieber gleich mal mit. Und ich ahne schon, was wir hier vollführen müssen. Nämlich sowas. Finde ich gut. Was gibt es hier? Noch ein Leben. Okay. Und ich ahne schon, was wir hier vollführen müssen. Nein! Okay. Ganz ruhig. Alles wird gut. So, komm. Einer geht noch. Ach komm. Wir haben's eilig. Wie war das? Hier gibt's einen P-Switch. Genau. Hier gab's noch ein Leben. Schade. Okay. Aber wir wissen ja mittlerweile. Alter! So, dass ich auch mal ein Schwein haben kann. Okay. Das ist jetzt hier ganz Big Pyramide oder was? Was ist das für ein Riesen-Level hier? Nein! Nein! Damit ist die Zeit auch leider rum. Ich find das Ding hammergeil. Ich bräuchte aber mehr Zeit, glaub ich. Und alles. Und ja, super Level und habt ihr auch so ein tolles, dann schreibt es in die Kommentare per Facebook, per Twitter oder benutzt einfach das Formular in der Videobeschreibung. Und wie immer, danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl und tschüss!